Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus von den sonnigen Arkaden des Badischen Landtags und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianneum, in dem es heute um die Frage vom Jakob geht. Der Jakob hat mir geschrieben, aus dem wunderschönen Traunstein, weil er in der Bild-Zeitung, so schreibt er mir das, gelesen hat, eine Fettdrucküberschrift. Die beste Steueridee des Jahres. Aiwanger will, dass alle mehr von ihrem Geld haben. Da ging es um einen steuerpolitischen Vorschlag unseres stellvertretenden Ministerpräsidenten. Und jetzt will der Jakob von mir wissen, erklär doch mal, was ihr ändern wollt und was das bringen soll. Ja, lieber Jakob, das mache ich natürlich sehr gerne, deshalb, weil dieser Vorstoß von Huber Aiwanger, diese Initiative getragen von unserer Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag, ja glücklicherweise für einigen Medien heil gesorgt hat. Ich meine deshalb, weil es in der Tat auf der Hand liegen würde, dem nachzukommen. Deshalb wollen wir das auch in den nächsten Schritten über dem Bundesrat so einspeisen, in Richtung Bundesgesetzgeber adressieren. Worum geht es also, Jakob? Der Vorschlag, der besteht global gesagt darin, dass die ersten 2000 Euro des Einkommens von Arbeitnehmern grundsätzlich frei sein sollen. Frei sein sollen von Einkommenssteuer und frei sein sollen von Sozialabgaben, beispielsweise an die Rentenversicherung, an die Pflegeversicherung und so weiter. Die ersten 2000 Euro, sodass nicht alleine Geringverdiener, aber auch Geringverdiener davon profitieren, in gleicher Weise aber diejenigen davon profitieren, die den Karren ziehen, die mehr verdienen, denn auch für die, sind dann die ersten 2000 Euro steuerfrei. Und der Staat beginnt erst dann mit dem Zugriff in die Kasse der Menschen in Bayern, der Leistungsträger der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab dem 2001. Euro. Die ersten 2000 Euro sind von Abgaben, sind von Einkommenssteuer befreit. Warum wäre es, Jakob, ein sinnvoller Vorschlag? Was wäre der Mehrwert? Wir Freien Wähler glauben, mindestens zwei Aspekte sind da absolut einschlägig. Der erste Mehrwert würde natürlich darin bestehen, wieder Gerechtigkeit herzustellen. Eine Gerechtigkeit zwischen denen, die man in der Ampel in Berlin derzeit so ein bisschen vergisst, nämlich den Leistungsträgern, denen, die den Karren ziehen, die den Wohlstand erwirtschaften in unserer Heimat auf der einen Seite und denjenigen, die auf der anderen Seite von Transferleistungen leben. Wir Freien Wähler sind fest davon überzeugt, wer morgens zur Arbeit geht und abends davon zurückkommt, der muss mehr Geld in der Tasche haben, der muss mehr Lebensqualität, mehr Möglichkeiten haben, als jemand, der das eben nicht tut, der von Transferleistungen lebt. Und wir würden es schaffen, über diese Steuerfreiheit der ersten 2.000 Euro wieder etwas Abstandsgebot, etwas Distanz hineinzubringen zwischen dem Bürgergeldempfänger auf der einen Seite und denjenigen, die täglich zur Arbeit gehen, auch im Niedriglohnsektor, auch im Mindestlohnbereich auf der anderen Seite. Gerechtigkeit also im Sinne dessen, dass diejenigen, die Leistungsträger sind, die arbeiten, eben netto mehr haben als diejenigen, die von Transferleistungen leben. Zweiter Punkt, Jakob, und das ist, glaube ich, ein absolut entscheidender vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir Freien Wähler sind fest davon überzeugt, dass dieses Aiwanger-Steuermodell ein Gamechanger sein könnte im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Wie meine ich das? Wir haben im Moment ja die Situation, dass branchenübergreifend, in allen Branchen, vom Handwerk bis hinauf zu vielen akademischen Berufen, händeringend das Personal gesucht wird, dass unsere Wirtschaft durch diesen Flaschenhals-Fachkräftemangel zu ersticken droht, obwohl es eigentlich gut laufen würde, finden wir gerade nicht mehr die Menschen, die in der Lage sind, das Potenzial, das unsere Wirtschaft gerade in Bayern eigentlich hat, abzurufen. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz dringend mehr Fachkräfte, mehr Arbeitskräfte. Deshalb ja all diese Kampagnen, die da derzeit laufen, die Versuche, Menschen aus allen Herren Ländern, aus verschiedenen Kontinenten zu gewinnen, zu begeistern, für Bayern, für unseren Arbeitsmarkt, für Fachkräftezuwanderung einzuspannen. Zeitgleich ist es aber so, Jakob, dass wir 500.000 Menschen, eine Million Menschen in unserer Heimat im Freistaat Bayern haben, die beispielsweise ausgebildete Fachkräfte sind, die derzeit aber nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen, weil sie entweder einerseits von Transferleistungen leben oder aber beispielsweise auch in Rente sind und die Zuverdienstgrenzen im Moment so gestaltet sind, dass es sich dann gar nicht lohnt, obwohl man vielleicht gerne würde, neben der Rente noch ein bisschen zusätzlich zu arbeiten, die Erfahrung, die man im Berufsleben gesammelt hat, weiterhin vielleicht auch der nächsten Generation der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Warum? Weil wenn man das tut und ein paar Euros dafür kriegt, gleich wieder der Staat kommt und sagt, die muss man dann wieder abknüpfen, die müssen dann wieder versteuert werden und dann rentiert es natürlich gar nicht, sondern dann ist es sinnvoller, als Rentner zu Hause zu bleiben, denn selber hat man gar nichts davon, wenn man noch etwas schafft nebenzu. Und auch da wären diese 2.000 Euro wieder absolut sinnvoll, denn dann wären die ersten 2.000 Euro auch für die Rentnerinnen und Rentner beispielsweise steuerfrei, dann könnte man da wieder entsprechend hinzuverdienen und dann hätten wir auch über Nacht vielleicht wieder eine halbe Million, eine Million, so sagen es die Prognosen, zusätzlicher Arbeitskräfte in unserem Land, die dann wieder gerne mit anpacken würden, weil sie einen Mehrwert davon haben und das wäre natürlich der Game Changer, würde uns immens helfen, auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Heißt also zusammengefasst, lieber Jakob, dieser Aiwanger-Steuervorschlag, der ist aus unserer Sicht, aus Sicht der Freie Wähler-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag aus ganz, ganz vielen, aber ganz besonders aus zwei Gründen definitiv verfolgenswert. Wir glauben, es schafft Gerechtigkeit zwischen den Leistungsträgern und den Transferempfängern, auch das ist wichtig für den sozialen Frieden, für die Motivation der Menschen und für die Wirtschaftskraft, den Wohlstand in unserer Heimat, dass diejenigen, die den Karren ziehen, davon profitieren. Und zum Zweigen glauben wir, es könnte der Game Changer sein im Hinblick auf den Fachkräftemangel, weil wir das inländische Potenzial mobilisieren, die Menschen, die eh in unserer Heimat leben, dazu motivieren, vielleicht doch nochmal an der einen oder anderen Stelle mitzuhelfen, dass es gut weitergeht in Zukunft mit unserer Heimat. Das hilft uns, glaube ich, über Nacht und in der Geschwindigkeit deutlich mehr als all die Bemühungen, die auch nötig sind im Hinblick auf die Fachkräftezuwanderung, die derzeit schon laufen. Deshalb werden wir, Jakob, diesen Vorschlag jetzt auf den Weg bringen, natürlich erstmal mit unserem Koalitionspartner absprechen. Wenn wir da mehrheitsfähig sein sollten, unsere Partner von der CSU auch dafür gewinnen können, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr schnell eine Bayerische Bundesratsinitiative werden. Denn, falls das nicht der Fall sein sollte, dann wird es auf jeden Fall ein Wahlkampfthema für uns Freie Wähler sein. Dann werden wir dafür werben, möglichst viele Menschen hinter diese Idee, diesen Vorschlag zu bekommen, sodass es dann eben in der neuen Koalition Teil des Koalitionsvertrags von Koalitionsverhandlungen wird, sodass am Ende des Tages diese ersten 2.000 Euro für die Menschen frei von Steuern und Abgaben sind, sodass Gerechtigkeit herrscht und Motivation zur Arbeit herrscht, auch im Kampf gegen den Fachkräftemangel, der uns derzeit vor große Herausforderungen stellt. Soviel, lieber Jakob, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es wie immer, postet die entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn ich mich wieder melde aus dem Bayerischen Landtag, hoffentlich wieder beim Mündner Kaiserwetter, uns wieder heißt, frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.